Musik In einem Kilometer Heimreichs abbiegen Ja, wir fahren ein bisschen durch Trennhorst und dann Vollmenau und dann zur Arbeit nach Norderscheen Heute ist der König in Trennhorst von Holland dem heißt der König von Holland kommt ein bisschen Dach für Dach so, weil jetzt können wir doch mal noch durchfahren So hier ist er für die ganz normalen gesperrt wahrscheinlich heute wieder offen Nö, so normaler bin ich eigentlich nicht Ganz normal denke ich In 300 Metern Heimreichs abbiegen in den 3000 Ja Lass mal schön fahren Hier ist auch alles noch ruhig und so Noch keine Menschenmassen die hier sich versammelt haben Jetzt halb rechts abbiegen Das ist da hinten längst noch, oder? Ah, jetzt will er mich über den Hofplatz losen Aber das will ich jetzt doch nicht Ich komm mal hin Ne, das lassen wir nicht mehr Wir fahren jetzt schön über Römerloch 300,8 Kilometer der Straße Das ist das Bei den großen Lagerkästen. Hier ist wohl ein Erlaubnis, aber viel Spaß damit und da. 8.44 Uhr jetzt. Hier ist ein R50. Zentrale Wasserturm. Zentrale Wasserturm. Zentrale Wasserturm. Zentrale Wasserturm. Alles rausgeputzt von mir, saubergemacht, ja. Jetzt ordentlich aus. Ja, sauber. Hier kann der König kommen. Super. In einem Kilometer rechts abbiegen. Jetzt nehmen wir noch den Haarens-Feld auf. Können wir schon dabei sein. Was wird hier denn gemacht? In 300 Metern am Ende der Straße rechts abbiegen auf die B208 Ahrens-Felde. In 100 Metern rechts abbiegen. 7,4 Kilometer der Straße folgen. Das wär's. 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 Das wär's.